Hier ist mal wieder Boom 36. Tomb Raider, die Angel of Darkness, ist ja jetzt vorbei. Doch ich möchte es jetzt noch nicht beenden, das heißt, jetzt werde ich erstmal die Videosequenzen hochstellen. Und zum Anfang der Videosequenzen möchte ich einen selbstgemachten Trailer herstellen. Und ich sollte sich einfach vorstellen, dass das die Stimmen von Lara Croft und von Curtis drin sind. Ich kann meine Stimme nicht verstellen und ich werde es auch nicht machen. Ich sollte es eigentlich einfach vorstellen und ich glaube, mit viel Fantasie kriegt man das schon hin. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Trailer Tomb Raider, die Angel of Darkness. Es gibt keine Fragen. Denn Fragen kosten Zeit. Zeit, die ich nicht habe. Die ich mir auch nicht nehmen darf. Und deshalb gibt es in meinem Leben nur Entscheidungen. Bleib stehen und stell dich deinem Schicksal. Nur so kannst du die Wahrheit herausfinden. ich bin Lara Croft Ich wähle mein Schicksal selbst Ich schmiede mir mein eigenes Glück denn nur ich allein weiß was zu tun ist Ich bin Kurtis Trennt Ruhe wird mir nicht gegönnt Um meine Rache zu vollenden werde ich auch dich besiegen Tomb Raider The Angel of Darkness das ist ich bin